Das ist Anna. Anna ist sehr vergesslich. Anna will für ihre Schwester einen Kuchen zum Geburtstag backen. Aber sie hat vergessen, wie alt ihre Schwester ist. Sie kennt nur zwei Fakten. Ihre Schwester ist vier Jahre jünger als Annas Bruder und gemeinsam sind ihre Schwester und ihr Bruder 30 Jahre alt. Aber auch das Alter ihres Bruders hat Anna vergessen. Für die Anzahl der Kerzen auf dem Kuchen muss Anna unbedingt das Alter ihrer Schwester herausfinden. Sie kann sich noch daran erinnern, dass sie in der Schule solche Aufgaben mit Hilfe von Gleichungen lösen musste. Da sie das Alter ihrer Schwester herausfinden möchte, nennt sie das X. Annas Bruder ist vier Jahre älter. Das sind dann X plus vier Jahre. Beide zusammen sind 30 Jahre alt. Sie muss also eine Addition durchführen und kommt damit auf 30. Und schon hat Anna eine Gleichung, die sie lösen kann. Anna addiert beide X und zieht von beiden Seiten der Gleichung 4 ab. 2X sind also 26. Zum Schluss teilt sie beide Seiten durch 2 und erhält die Zahl 13. 13 ist die Lösung der Gleichung, also X und das Alter ihrer Schwester. Jetzt weiß Anna auch, wie alt ihr Bruder ist, nämlich 17 Jahre. Zusammen gibt das 30. Ihre Lösung stimmt also. Anna freut sich, dass sie das Alter ihrer Schwester herausgefunden hat, ohne jemanden zu fragen. Jetzt beginnt sie mit dem Backen des Kuchens. Ich hoffe, du hast meine Erklärungen verstanden. In der Videobeschreibung findest du Arbeitsblätter oder interaktive Online-Übungen, die genau zum Video passen. Natürlich mit Lösungen. Verstehst du das Thema jetzt besser? Dann würde ich mich über ein Abo oder Like freuen. Hast du noch Fragen oder sind dir manche Erklärungen unklar? Auch in diesem Fall würde ich mich über dein Feedback freuen.